Es war natürlich nur wieder eine Frage der Zeit. Aber es hat Tradition, die Kaisermania an den Dresdner Filmmächten war auch dieses Mal nach wenigen Minuten restlos ausverkauft. Da störte es die Fans von Roland Kaiser, 72, auch nicht, dass die Tickets schon wieder teurer geworden sind. Für die Konzerte am 25.26. Juli sowie am 8. August 2025 würden dieses Mal 109,90 Euro fällig und damit gut 10 Euro mehr als noch im vergangenen Jahr. Wer am 9. August geht, durfte sogar stolze 119,90 Euro blechen, der Aufschlag wird aufgrund der TV-Übertragung im MDR berechnet. Punkt 10 Uhr ging es am Freitag bei Eventim los, nach nur wenigen Minuten war nichts mehr zu bekommen. Ich möchte die Menschen, die meine Konzerte besuchen, bestmöglich unterhalten und ihnen einen schönen Abend bereiten. Ich kann mich glücklich schätzen, dass so viele Menschen meine Live-Shows sehen möchten. Entsprechend selbstverständlich ist es für mich, dass ich ihnen das für mich und meine Bandbeste auf der Bühne biete, sagte der 72-Jährige im Vorfeld in einer Mitteilung. Im nächsten Jahr gibt es erstmals eine Besonderheit. Der Kaiser wird seine vier Konzerte nicht an zwei nacheinanderfolgenden Wochenenden spielen. Auf Wunsch der Stadt Dresden gibt es diesmal eine Woche Unterbrechung. Unterbrechung